Mein Name ist Michael Wagner. Ich bin der verantwortliche CEO Geschäftsleitung IT der Amewida SE. Die zwei Key-Faktoren, die wir haben, sind im Endeffekt einmal unsere Menschen und dann natürlich die technologische Plattform. Die Callcenter-Branche ist natürlich ein bisschen kritisch gesehen. Wir versuchen natürlich auch durch zukunftsweisende Ideen im Endeffekt unsere Mitarbeiter natürlich an uns zu binden. Ich muss ihnen Arbeitsplätze schaffen, zu denen sie gerne morgens hinfahren oder vielleicht auch gar nicht mehr hin müssen, weil sie nämlich das Ganze von zu Hause aus machen können. Die Thematik Work at Home ist eigentlich eine ganz simple Thematik, weil wir vor zwei Jahren mit unserem IT-Partner, der Bechtler, angefangen haben, viele Themen zu virtualisieren. Wir können uns jetzt um die Weiterentwicklung der Amewida kümmern. Die Welt von morgen wird sich sicherlich immer mehr in ein digitales Zeitalter verwandeln, sodass wir zukünftig von jedem Ort auf der Welt auf alle Geräte, die wir in irgendeiner Form erreichen wollen, halt auch zugreifen wollen. Bechtler bildet diese Themen aktuell zu 100 Prozent mit ab. Wir sind dort in einer sehr partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Es macht halt Spaß, sich auch gegenseitig einfach so ein bisschen nach vorne zu pushen. Ich bin mit der Bechtler aktuell sehr zufrieden.